So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2 und das letzte Mal haben wir einiges gemacht. Wir haben unter anderem die neuen Alina Level gespielt, wir haben Multiplayer gespielt und wir haben noch was gespielt. Ach ja, Endlos Modus, richtig. Und das hier scheint wieder ein Lied zu sein. Hören wir uns das kurz an. Angel's Legend sagt mir allerdings nix. Sagt mir gerade gar nix. Ich kenn's nicht. Ich hab keine Ahnung. Okay. Ich hab keine Ahnung. Ist ja egal. Ich hab's nicht gekannt. Deswegen weiß ich auch nicht, ob es gut gemacht ist. So. Ähm. Aber mehr ist nicht hier vorhanden, ne? Gut. Passt mir aber ganz gut, denn ich wollte sowieso noch ein paar Level von dem guten Nix angucken. Da haben wir noch lange nicht alles gespielt, was er hochgeladen hat, ne? Und der hat ja echt schöne Sachen gebaut. Fangen wir mal ganz unten an. Haben wir schon. Haben wir schon. Rups. Alles klar. Schauen wir uns Räume mal an. Vielleicht hab ich das auch schon. Ich weiß es nicht. Aber ich hab's nicht abgeschlossen. Von daher. Yo. Das heißt, das könnte ein kompletter Nix-Part werden. Wir werden's sehen. So. Ah ja. Ich spiel SMB 3. Lass es los. Dankeschön. So. Gut, da lauf ich einfach drüber, ne? Oh. Ah. So, was hier soll ich erstmal tun? Und dann lauf ich einfach drüber. Hui. Also lauter kleine Einzelräume. Okay. Hoppa. Gut, hat gereicht. Sehr schön. Bisher alles sehr simpel. Naja. Und da muss ich jetzt so durchkommen. Wait, nein. Das sind ja lauter so komische Dinger. Wo muss ich denn da durchlaufen? Bei dem zweiten muss ich durch... Da muss ich durchlaufen. Hier muss ich durchlaufen. Ah, jetzt bin ich wieder hier rausgerannt. So, jetzt können wir runterfallen. Das hat gedauert. So. Ah. Dankeschön. Checkpoint. Checkpoint. Jetzt. Ja, einfach so. Einfach springen. Okay. Passt. Oh. Hä? Hat der, weil man da halt schnell stirbt, einen Checkpoint hingesetzt? Das ist sozial. Macht den Checkpoint jetzt nicht wirklich sinnig, aber es ist sozial, ja. Ja, es macht ihn schon sinnig, eben weil man da schnell stirbt. Es markiert nur nicht die Mitte. So rum. I walk, nick nicht I. Das ist ein Ausrufezeichen. Walk in the night sky. Let's go. Ah. Wir sind schwerelos. Kann ich da rüber? Nein. Dann gehen wir da rein. Da, 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 da. Ah, ja. Ach so, auf dem kann ich laufen. Oh boy. Wait, wie komm ich? Ach, der fliegt ja hoch, ich nuss. Ja, hab ich vergessen, wie die Dinger funktionieren? Hab ich spontan vergessen, wie die Dinger funktionieren? Ist okay. Okay. Wofür hab ich den jetzt mitgenommen? Man weiß es nicht. Hui, joi, joi, hi. Checkpoint. Hier gibt's aber richtig viele Checkpoints. Äh, Leben. Weiß auch jetzt warum. Ab nach oben. So, weil man den ersten hat, sollten die anderen kein Problem sein. Yesh. Gibt's da noch höher? Nein. Wobei. Theoretisch ja schon. No. Komm schon. Nein. Ich will da hoch. Wenn es das letzte ist. Dankeschön. Das war vielleicht nicht so gut jetzt. Oh no. Natürlich sind wir hier. Ups. Ich bin ein Dumm. Das war ein bisschen dumm. Ja, ja, jetzt kommt... Äh. Äh. No. So, aber jetzt sollten genug wieder da sein gleich. Okay, das sind wir wieder oben. Also gut, dann soll man da nicht hoch. Ist okay. Ist okay. Ach so. Schon wieder direkt vom Ziel den Checkpoint gesetzt. Das hätte man auch als einen Durchlauf machen können. War schön gebaut. So, The Bowser Castle. Gott, jetzt fühlt man sich schon... Jetzt fühlt man sich so super schwer, nachdem man, äh, gerade so leicht wie eine Feder war. Das ist auch immer ganz interessant. So. Bisher alles kein Problem. Aber natürlich, hier zieht alles durch. Hilfe. Okay. Auch das bisher. Gut, jetzt kommt der Checkpoint. Das heißt, es wird sofort das Ziel kommen. Das war ja früher anscheinend sein... sein Stil. sein Baustil. Nein, es kommt nicht sofort das Ziel. Diesmal hat er dann gut gesetzt, den Checkpoint. Und ich werde hier gleich Quatsch machen. Sehe ich schon. Oh, oh. Dieser Checkpoint markiert aber das Ziel. Ja. Ja, war klar. Schade. Ein bisschen ärgerlich, dass ich da gestorben bin, weil eigentlich hätte ich den Sprung natürlich so machen wollen. Aber es ist ein bisschen peinlich gewesen. Es ist, äh, gebe ich gerne zu. Aber hey. Was soll's. Ne? Was soll's. Schönes Level. 42, 28. Wie nah komme ich an den Rekord ran? Ich werde nur kurz probieren. Lass mich bitte ein bisschen probieren. Habt ein bisschen Geduld. Okay. Ah. Es ist nicht, 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 nicht speedrun-freundlich gebaut. Lauf. Achso, jetzt habe ich den Pilz nicht mitge... Äh, wo habe ich denn vorhin verloren? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ach, hier. Hier habe ich den verloren, ne? Weil ich doof war. Na, Mist. Aber wenn ich den da einfach nicht verliere, brauche ich ihn ja auch praktisch gar nicht eingesammelt haben. Dann spare ich mir die Zeit hier. Ich darf ja nur nicht hängenbleiben. Das war schon wieder Zeit. Ah, jetzt habe ich schon wieder Zeit verloren. Hey. Du musst Zeit verlieren hier. Aber ich interessiere es jetzt, wie weit ich... Wie schnell ich jetzt... Oh. Das ist ja gerade totaler Quatsch. Das ist ja gerade totaler Quatsch hier. Mist. Das passt überhaupt nicht. Oh, boy. Okay, nein. Nein, 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 nein. 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 Wir waren bei 28 Sekunden. Waren wir am Checkpoint erst. Oder was? Ne, das ist seine Zeit. Okay. Alles gut. Alles gut. Go Blocks haben wir nicht gespielt. Wir haben den zweiten Teil gespielt, ne? Den ersten haben wir nicht gespielt. Stimmt. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Juhu. Oh. Ups. Bin ich ein bisschen gerutscht. Donk. 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 Oh. Blöpp. Achso. Da muss jetzt wieder... Genau. Na. Yes, es. das hätte ich eigentlich nutzen können zu bekommen aber so geht es auch der kann das auch das war ein bisschen angst noch zu sterben ich möchte nicht sterben aber das sieht nach ziel aus sehr schön prima 88 münzen by the way wollte ich nur kurz festhalten alles schöne dafür die erbauten also der hat sich echt der hat zurecht hier ganz oh ein zweites ruhm sehr schön jetzt bin ich gespannt also bei dem kann man sich auch echt freuen wenn ein neues level gebaut hat muss ich sagen das ist schön gibt natürlich noch viel mehr bei denen man sich freuen könnte das ist schon klar wo ist der schlüssel da kommt wahrscheinlich gleich ich dachte man löst irgendwie den swamp aus oder so warte mal hier ist was muss ich da hinten springen oder sagen die mir irgendwas aha das dauert jetzt eine weile ich bin ja von dem design nicht so der fan nein es reicht nicht das war jetzt nicht so nett aber ich muss hier oben eh klein sein von daher ist es egal oh weia was passiert wenn mir das verhaut ach so durch die tür durch die tür und zurück ach man am ende nochmal verhauen das war echt dumm oh so ah check point wir sind also gleich fertig eis der rote war es war klar ach Okay, das muss ich erst mal mir... Den Sprung müsste ich schaffen. Ah! So, genau. Ach Gott, ach Gott. Nein, ich muss... Ich will da hin und dann da rauf. Und dann da rauf. Und dann da rauf. Und dann da runter. Nein! Da runter. In die kleine Lücke will ich rein. Nein! In... Die... Oh Gott, ich krieg die Lücke nicht. Ich krieg die Lücke nicht, weil der Sprung zu knapp ist. Weil ich den Sprung doof mache. Nochmal. Diese Lücke da. Dankeschön. Okay, das ist der Intro-Screen. Ach so. Ja, das ist ja einfach. Nix gesagt. Ach man, ich wollte abkürzen. Ich kann nicht abkürzen. Ah, das ist ja einfach. Ah! Okay. Komm schon! Yes! Got it! Shish! Und Ziel. Oh, wie hoch kommt man da? Hoch. Dann ist egal. Gut. Plopp. Hätte ich mich besser anstellen können in manchen Räumen. Hätte ich mich besser anstellen können. Aber... Geschafft ist geschafft. Roms 3! Diesmal in 3D-Behalt. Hier kann man hoch. Übrigens wurde das Level gelöscht, ähm... ...mit dem Supersprung. Also ein... Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Muss ich mich echt... Komm, komm, komm. Du schaffst es. Yes. Oh boy. Bitte nichts mehr mit Kanonen. Oh nee. Wir machen jetzt nicht die ganze Zeit nur einen Kanonenquatsch, ja? Oh nee. Hier, hier, hier. Dankeschön. Keine Kanonen mehr, bitte. Das war eins zu viel. Ich muss den wahrscheinlich erst runter. Wo denn? Dann... Wo fährt denn der hin? Ah, okay. Wie time ich das denn? Ich weiß, wie ich das time. So. Gut. Ah ja. Nein! Yes! Ich dachte schon, der geht noch weg. Geht der runter? Nein, dann geht der rüber. Dann geht der auch rüber. Oh! Sensationell schlecht gemacht. Von mir. Das war so genau das Gegenteil von dem, was ich ursprünglich wollte. So, rüber mit dir. Rüber mit dir. Rüber mit... Oh mein Gott, was tue ich denn? Jetzt passt's aber. Yes! Oh je. Ah, wobei, das ist jetzt einfacher. Habe ich mir so gedacht. Ah nein, du hättest nur noch hochgemuskeln, los. So, jetzt passt die Geschichte. Ah, sehr schön. Cool. Plump. Mysterious Cave. Schauen wir mal, ob die wirklich so mysteriös ist. Nur 6,72% Abschlussrate. Okay. Let's go! Ah, ah, das macht sie so mysteriös. Wir werden auf dem Kopf ganz oft stehen. Ah, Mist. Das ist natürlich äußerst mysteriös. Ja, oh Gott. Oh, Mama. Und jetzt stehen wir wieder auf dem Kopf. Also, nee, jetzt geht's wieder richtig rum. Jetzt wieder richtig rum. Zur Abwechslung. Und jetzt wieder falsch rum. Ich muss noch bestimmt den hier drücken. Oh boy! Da wollte ich zu viel. Das ist, wenn man auf dem Kopf steht, ist das gar nicht so, so einfach einzuschätzen. Das ist voll interessant. Eigentlich ist es ja genauso wie normal, aber... Okay. Das habe ich auch noch nicht. So einen Flug auf dem Kopf habe ich noch nie gemacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das weird. Oh mein Gott. Ach du... Das ist komplett merkwürdig. Okay, tschüss. Oh, war das merkwürdig. Und da ist das Level zu Ende. Cool. Ah, das war richtig merkwürdig. Ei, ei, ei. So. Die Superballs haben wir auch noch nicht gespielt anscheinend. Let's go. Schaffen wir gar nicht alles von nix in einem Part, ne? Ich wollte jetzt ja etwas kürzere Parts machen. Kaboom! So nett. Ich kann es nicht abschätzen. Oh, Mama. Mann. Jetzt mach doch mal weg da, das Viech. Dankeschön. Meine Güte. Oh je. Ich hoffe, ich kriege eine neue. Ja, kriege ich auf jeden Fall. Oh boy. Oh yes. Gut, man könnte das auch breaken, ne? Weil dann braucht man sich den Schlüssel nicht holen. Äh, den. Oh Mist. Das war anders gedacht. No. Ah, das war anders gedacht. Ich bin ein Dumm. Gib mir die Blume. Gib mir die Blume. Dankeschön. Aber wenn jetzt kein Schlüssel mehr kommt, spart man sich auch nicht so viel. Nur eigentlich hätte ich jetzt noch einen Schlüssel dabei, ne? Wenn ich den Trick von vorher noch angewendet... Hat der denn jetzt nicht... Doch, wenn ich jetzt den Schlüssel hätte, müsste ich das hier nicht... Ich muss es schon wieder nicht machen. Ich muss der jetzt schon wieder nicht machen. Da kann man natürlich ordentlich tricksen. Aber gut. Soll mir recht sein. Bin jetzt nicht so der Fan von diesem Blumen-Gimmick. Swamp of Sight Move. Let's go. Oh, der ist nicht schnell. Äh, nicht langsam. Der hat keinen falscher. Wie sie ihn sonst haben. Das ist der real shit. Der real shit Swamp. Hilfe. Hopp, ciao. Oh. Da muss man schneller sein. Okay. Okay. Perfekt. Oh. Da ist er wieder weitergelaufen. Ach, ich liebe 3D World. Hey, mach doch das nicht, Mario. Guck mal, hier kannst du doch auch stehen bleiben. Warum? Warum da drüben nicht? Jetzt wäre schon fast wieder selber weitergelaufen. Habt ihr das gesehen? Fast wäre wieder weitergelaufen. Denn... Ich glaube, durch dieses Level hat er so seine Idee dann bekommen für die Swamp Races. Weil die kamen ja von ihm dann, ne? So, dadurch haben wir ihn ja kennengelernt. Ich glaube, das war so seine ersten Anfänge mit den Swamp-Geschichten. Da hat er da so ein bisschen dann die Idee bekommen. Was ja ganz cool ist. Ja, da. So. Bin ich so viel gestorben, dass es 25 Sekunden kostet? Ja. Ja, ich bin schon ein paar Mal gestorben, ne? Das müsste ja schon ordentlich viel Zeit gekostet haben. Krass. Nein! Okay, schade. Da war der Versuch dann auch zu Ende. Schade. Schade Schokolade. So, seit... Haben wir auch noch... Dann habe ich nur den Eins- und Zweier gespielt, ne? Äh, den Zwei- und Dreier gespielt. Den Eins anscheinend nicht. Okay. Das ist dann wieder sehr simpel jetzt. Aber egal. Nehmen wir schnell mit. Ich will alles von ihm gespielt haben. Hui! Okay. Bisher musste ich gar nichts machen. Jetzt muss ich mal springen. Oh, das war vielleicht blöd. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts durcheinander gebracht. Ey, bisher passt alles. Hui! Oh nein! Oh, kriege ich das gerettet? Ohne, dass ich laufe? Ja. Sehr gut. Uh! Donk! Sehr schön. Sehr schön. Oh nein! Jetzt muss ich laufen. Ich habe es kaputt gemacht. Shame on me. Okay. Wow. Dieser Raum war sinnvoll. Yes! So. Nein, nein. Ich habe kein Herz. Ja, ist egal. Habe ich halt das Herz vergessen. Es tut mir leid. Gut. Das haben wir gespielt. 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 Dann haben wir wohl alles gespielt jetzt. Huh! Sehr schön. Sehr schön. Dann haben wir es geschafft. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss!